so leute herzlich willkommen bei life is strange 2 wir haben jetzt mal hier in der wüste geändert und müssen jetzt auf karen warten da hub ihr nicht so rum ich hör dich ja ich hab das auto laut genug gehört und die türschlagerei auch so ist gehen wir mal zu ihrem hallo go to that small town for supplies hey what's up hey good morning howdy sean how was the town trip hate these trips people look at us as if we're aliens here come the sand people the deserters have returned with offerings from das kapita jolie i missed you next time you're coming with us Ja, die Nacht war super, die war mega, das war geil. Natürlich, so einen Canyon würde ich ja immer gerne übernachten würden, oder? Es war unglaublich, so viele Sterne, so kalt, gut Kalkar. Ich wusste, dass du es magst, Stargazer, glücklich, dass du das gesehen hast. Hi, Mom! Wie war die Stadt? Die Stadt-Liefe ist immer schuldig, aber wir haben etwas für dich. Denk schnell! Wow, ja! Danke, David! Willst du den Katch spielen, Danny Boy? Total. Ich und Papa immer immer spielen. Aber ich bin viel besser jetzt. Es ist egal, was er durchgebracht hat. Er will nur sein Kind und spielen. Ja, Daniel hat nicht so gesehen, dass du immer so bist. Du hast alle eine gute Influenz auf ihn. Und das macht ihn schwerer. Und er kann sich selbst schützen. Du bist richtig. Und er mag auch, dass er sich aufhören kann. Vielleicht zu viel. Es war hier über ein Monat. Und ich kann noch nicht über Daniels... ...Skills. Ähm... Mach ich auch nicht und ich bin schon sein Bruder seit eh in je oder so. Ne, ne, machen sie die Angst? Hmmmm. Ja, vor allem haben wir, ob ihm Angst macht. Ähm... Das hat dich irgendwie... ...sperrt dich? Ich? Bald ist es richtig. Ich hab nie jemanden mit einem Super-Kufer-Kufer gesehen. Ich versuche, eine gute Influenz zu sein. Nicht immer einfach einfach. Aber... er hört mich an. Ich weiß nicht, ob ich das richtig gemacht habe. Ich glaube, dass du es nicht richtig wissen hast. Du bist verheiratet? Wie viele Kinder? Nach dem, was passiert. Entschuldigung, David. Ja, das Schlimm ist, ich nie hatte die Chance für meine Begründung zu tun, bevor sie stirbt. Wir waren wie... Öl und Wasser. Und sie war immer wieder mit dem Schein. Ich glaube, das ist schwer für ein Kind, um einen neuen Vater zu bekommen. Es ist besonders einen wie ich. Ich habe einfach keine Ahnung, wie sie mit ihr. Ich wünschte, dass ich es. Ich habe keine Ahnung, ich kann nicht zurückgehen. Nein, danke für dich, David. Better starten meine Begründung jetzt. Ich habe ein paar wunderschöne Begründungen in der Stadt gefunden. Arthur wird sich schlafen. Bis zum nächsten Mal, Sean. Okay, Zeit raus. Oh mein Gott. Ich werde es schlafen. Das war großartig, Mama. Jetzt weiß ich, warum sie nicht spielen in der Dessert spielen. Sie sind viel besser als Sean. Haha. Wir sind noch nicht hier fertig. Wir holen das Essen rein. Wir holen das Essen rein, bevor es meld. No problem. Sie ist so cool. Mönnen Sie think? Ja? Joanne ist so cool. Stanley ist so cool. Die Heide ist so cool. Machen Sie почемуł, Mann. Alles ernst multi Catalog. Wie mógeln sie mich! Ich Preparezne sei und Lachse. Ich bin nur mit dir. - strengths. Sie ist ein Reststopp. Ich weiß. So, was müssen wir jetzt machen? Geburtstagskerzen. Schauen wir mal schnell nach. Nichts mehr. Ja, zu abgelegen für mich. Alles sind cool. Es ist eine andere Welt. Alles sind cool, oder? Jeder ist sehr cool. Und viel anders. Ich kann gar nicht glauben, dass niemand über Daniels Macht fliegt. Na ja, Sean... Es ist noch schwierig für mich, meine Hände um ihn. Aber die Leute hier werden nicht in deinem Raum kommen. Sie haben auch ihre eigene Vergangenheit. Und auch. Das ist, warum die Leute hierher kommen. Von all over the country. Für ihre eigenen Reisen. Nicht perfekt, aber es funktioniert. Er lebt als Außenseiter. So friedlich hier. Ja, so friedlich hier ist Brut, ne? Ja. Es ist so peaceful hier. Ich glaube, das ist das, was alle wirklich suchen. Peace. Du bist wahrscheinlich richtig. Ja. Ich fühle mich, dass wir wirklich privilegiert sind hier. Ich könnte hier nicht leben. Wie hast du diesen Ort gefunden? Also ich könnte schon hier leben, aber irgendwie ja, der wohl nicht. So... Wie hast du hier endet? Dieses Ort ist nicht auf der Karte. Wie die meisten von uns, wurde ich hier erst von jemandem gebracht. Maggie. Nachdem ich es in New York verletzt habe, war ich glücklich genug, dass sie dort in Florida treffen. Sie hat ein schwieriges Leben gehabt. Dieses Ort war ihr Weg. Sie ist lange weg. Sie sind jetzt auf der Karte, aber sie ist noch immer auf der Karte. Na, danke für uns hier. Oh, Shawn. Ich bin froh, dass ich konnte dir helfen. By the way, kannst du dein Bruder so dass wir alle reden können? Ist alles okay? Ja. Ich dachte, wir könnten das Tag zusammen spenden. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Tag in jeder Zeit, eine schöne Fahrtkarte. Ich bin froh. Wir sind froh. Damit machen wir gleich. Wenn du einfach peutlst Es war so perfekt. Nah, du brauchst eine gute Nachts sleep, nach all das. Und die Fahrt ist nur eine halbe Stunde nach dem Weg. Das Ort macht für eine ziemlich coole Bedrohung, doch. Red, ich bin beat. Sorry, nur noch eine letzte Sache zu zeigen. Ich kann nicht genug von diesem Ort. Komm, Daniel, gib mir deine Hand. Hm. Slow down, Mom. You walk too fast. More walk, less talk. Then you'll pass me up. Guys, check this out. Now this is nature's art. It's so big. And pretty. And so quiet. Except for the birds of prey. Shh. Listen. Serious? If we're lucky, yeah. Oh! 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 Uh-oh. I hear a wolf. Better be careful of hunters out here. Whatever. The wolf brothers aren't afraid of any hunter. You must hide all the time, Mom. There's not a lot to do, but that's enough for me. Good thing Joanne likes to come with me. Oh! I bet she would be fun to go hiking with. Well, not when I go too fast. She's all about the journey. We usually find a good pace. Usually. Joanne is like Sean. They make art, so they stop to look at stuff. You're way more like me. Fast! Yeah. I am like you, Daniel. So let's hurry up. Was in der Aussicht, oder? Schaut euch das mal an hier. I love to come here to get away from... Away. I bet. It's the best spot. Let's sit down. So, hey. I do appreciate that you guys stuck around this long. Thank you. Du hast uns viel geholfen. Bereust du dein Gehen? Haben dich besser kennengelernt? Hmm. Wir fragen uns, ob es das bereut mittlerweile. So... Now that you know what's better... Do you kinda... Regret leaving and everything? I made a decision to never have regrets. Although you two would be the best reason... Just know, I love both of you so much. And I'm proud of who you are. And... Where you're going. Du könntest mit uns kommen. Hmm. By the way... If you wanted to... You could come with us. To Mexico. That would be cool. I would love to come see you settled into a new home. You're almost there. But... I have to be upfront with both of you. What happened in Haven Point is catching up on us. Huh? What do you mean? When we were in town, we saw some stories in the papers. The feds are definitely tracking us down in the region. Shit. And they'll find us. Well... Figures. This can last forever. So... This is it? See you, Nana. We'll leave tomorrow. Can you hand me that bag, Sean? That's why I brought you back here. I made these... For the 4th of July. But this... Is better. I love those things! Whoa! Awesome! Cool. Let's light up the sky. Center for the Ethics People think too. Look the independence. Take care. See you later. I'll come back here. Attention. Ah, truth! Look the hydro internet that's arrogant, So war es eine tolle Sequenz, Freunde. Ich hoffe, euch gefällt es genauso gut wie mir gerade. Es war traurig, aber gleichzeitig auch schön, was man da so sehen kann. Und das hat was für sich. Am nächsten Morgen. Im Wohnwagen. Der FBI, die Polizei sucht schon nach den zwei Brüdern. Die Sachen sind gepackt, zum Abhauen. Ähm, seid ihr alle bereit, um zu verlassen? Nein. So müssen wir wieder verlassen. Ich denke... Ich bin ein bisschen Angst. Wie weit geht's die Grenze weg? Was wirst du jetzt tun? Ähm... So I'll do what I have to, to help you. It won't be easy crossing that border. So I'm gonna give you a head start on the police. Wait, how? What's your plan? The cops are after me too, for what happened in Nevada. So they can catch me instead of you. Fairtrade. Mom. They'll go to jail for helping us. It's not about me right now. We need to get your asses to Puerto Lobos. Das musst du nicht. Danke. Hm. Danke. Danke. So much, Karen. I knew what I was doing when I came to Haven Point looking for your brother. I felt it was the right thing to do. And I feel the same today. I tried to live by my own rules. No matter what. I don't expect you boys to be like me. But try to stay true to yourselves. This is your life. Don't let anybody get in the way. So hat Papa uns nicht erzogen. Wir tun, was immer nötig ist. Huh. Gute Frage. I don't know. Dad didn't raise us this way. He was a rebel, but he wasn't a criminal. He didn't teach us to say fuck it. Esteban had a lot more faith in the system than me. I had to do shit my own way. Look. I only want you and Daniel to get what you deserve. Okay. This is the last roundup. Wait. Let me say bye to Joanne. Alright. I'm gonna go do one last checkup on the truck before you hit it. And don't forget what we talked about. It's your life, Sean. You should go see David. He has something for you. Okay. Okay. geraten würde ich sagen. So, wo ist denn David gewesen? Ich glaube, David war das hier, ne? Dann schauen wir noch nach David, bevor es jetzt auf die Tour geht. Ja, aber go grab that police scanner inside first. I got to put these new plates on the car. Sure, I'm on it. I'll join you when I'm done. So, was machen wir denn hier? Ein Bild. So, Polizeiformgerät ansehen. So, between 140 and 160. This place has too many adults. But I'm gonna miss it. Wait, is this it? Ah, shit. Now we can spy on the cops all the way to Mexico. Thanks, David. You beg the rebel. I feel you, David. Hm, meine... Okay. Liebe Joyce, es war toll, deine Postkarte zu halten. Du kommst viel rum. Ich wünschte, ich wäre... Ich wünschte, ich wäre bei dir, wie in unseren Flitterwochen. Okay, das hat alles so weggekraut. Ich hoffe, du bekommst die Welt und... Blub, blub, blub. Zu sehen, so wie du es dir gewünscht hast. Ich weiß, unser Leben sind jetzt so unterschiedlich, aber ich hoffe, wir können... Er liebt sie wohl immer noch, alles ist jetzt so anders und ich hoffe, dass wir eines Tages einfach ein Bier trinken und quatschen können wie früher. Er liebt sie ja, vermisst sie und hätte sie gern wieder für sich. Ja, aber... Hm, traut sich nicht. Äh, wo haben wir es denn? Oh, Tasche ist immer voller und voller und voller. CDs! Oh, wenn du jetzt gleich drin sind, kannst du Highway to Hell singen, yeah! I wanna high! Nee. I never saw David even drink a beer. So, was haben wir? Kaputter Fenster. Arthur said David could fix anything. He hopes. Los geht's. Mhm. Blaue und rote Striche, die man nicht erkennen muss, wo sie hinführen. Moms Car is all ready to roll. Did you get the police scanner? Yep. And I found the police frequency. How about that? Good job. Now, you'll always want to know, what they're up to. No surprises on your way to the border. Alright. This is the fastest route. When you get there, cross between these two stations. Now, you have to exit the main road and drive through the desert for a while. But Karen's car should be okay. You got all that? Hm. Sure. I think so. Sean, you have to know. The police are on your ass. You only get one chance here. I'm not trying to be a dick. Just... Honest. I know, David. Thanks. Here. Have a seat. I don't mean to order you around. Bad habits die hard. And yes, I was suspicious when Karen showed up with you two. But after watching you and your little brother for a while, I think I get what you're going through. Your experience forms you as a person. And I imagine all the shit you've seen and how it's changed you. Pretty much. Not comparing myself. But I had to go through my own hell. In war and at home. I didn't know how to deal with emotions or other people. Do you know how to deal with your daughter? Are you... Are you... talking about your stepdaughter? Yeah. Some rich fucking kids shot her at school. Where I was supposed to protect her. Me and her... hated each other on sight. But once I lost her. Everything became clear. How selfish and stupid I had been. I should have listened to Chloe. Instead of being a bully. All of my fuck ups are crystal clear now. But I'm not gonna fuck this up. Sean. I'm gonna do everything I can to help you get out of here. That's... my duty now. But... I wanna be straight up with you. Okay? Yeah. Of course. I know you guys... got screwed. But you think nobody will ever believe you. But... the truth... is on your side. You and Daniel can't just... hide out... forever. Is that how you see yourself... in 10 years? If you step up... and face the law... you can be free. Sooner than later. Uiui. Er will neues Leben. Stelle mich der Polizei. Hmm. We've come too far now. We just want a new life. That's it. I understand. I do. I'm... trying to... be the adult. You're... too young. I do. to be dealing with... all this. And... Daniel is growing up fast. Too fast. Hmm. That's what I'm worried about. You made it here. So... I know you're on the right path. Oh. Sorry. I really have to take this. Hey, Joyce. Right on time. Jo. Gehen wir mal hin zu Karen... und gucken wir mal... ob wir losgehen können. Hey. Need any help? Just checking out the levels... and cleaning up the filters. Hab mich nie für Autos interessiert. Schaff das Auto... Entschuldigung. Schaff das Auto das. Wusste nicht, dass du Mechanikerin bist. I didn't know you were such a gear head. Oh, Sean. This is basic car maintenance. And I may not be a pro like your father was. But I... I got some solid skills. I have to. Out here. Yeah, sorry. I'm the newbie. I never really got into cars and stuff. Ha. Esteban was obsessed with his engines. That doesn't mean you had to be too. Er war altmodel schuld, dass ich mich selbst finde. Er war altmodel schuld. Er war altmodel. Er war altmodel. War der mal zusammen dort? Ich wünschte, er wäre hier. Nicht sicher, ob ich das kann. Seine Kraft macht mir Angst. Ich will nur, dass es vorbei ist. Vielleicht hast du ja recht. Als ob du es wüsstest. Vielleicht hast du ja recht. Du wirst es herausfinden, wie du es immer machst. Okay, besser zurück zu meinem Tune-Up. Okay, ich werde eine letzte Runde machen, bevor ich zu gehen. So, bevor wir jetzt natürlich losfahren, machen wir natürlich erst mal mit der Folge ein Ende. Damit ihr alle dann die große Finale-Fahrt auf die Grenze zu gehen. Ja, jetzt hat er geredet. Ähm, damit wir auch die Grenze sehen und wissen, wo wir hin müssen und was das Sache ist und wie es weitergeht mit dem Ganzen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Denkt ganz ab und das Like. Und bis zum nächsten Mal, Freunde. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen.